Musik Nicht mal Schrott über Und warst du Nachtsichtfähig oder nicht? War Nachtsichtfähig Ich kenne ihn normalerweise noch mit Nachtsichtaufsatz Spaß bei der Arbeit, oder? Mhm Wie gerade habe ich meine Fresse? Wo sind die Alpha kommen? Was? Gehört Ungefährer Zeit, Ansatz für ihre Verlegungsruhe zu Gruppe kommen Oh, drei Minuten, ich packe jetzt hier noch ein paar Kisten ein Ah, Alpha super Schachtende Ah, Alpha super Schachtende Han, bin ich jetzt Alpha 5 dann? Äh, du bist quasi 6 6, ok Hm, schade Fahrzeug Aus welcher Richtung? Westen Westen Also es ist der Begerseite Muss ich mal sagen Da ist Baker Da ist Baker Da ist Baker mit Licht, ja So, ist auch stattdessen Geschuss Ups, ja war ich Ich bin auf dem Desktop gewesen Ah, das kann ich bis hin nicht Ja, und Mhm Ist der noch ein Vorbeigefahren? Ja Oh, gezählt, sie sind zu weit gefahren Der ist auch nicht mehr der Jüngste Das ist schon spät am Abend auch für ihn Orientierungsschwierigkeiten, das setzt natürlich ein Demenz Schön dem Feind guten Tag sagen Genau, mit Licht Genau Über unsere eigene Frontlinie rüber Hahahaha Hahahaha Ich Habe halt ein Päckchen dabei Ja, das ist eine ID-Train Präservative 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 Markiert, ne? Nochmal? Du hast vorhin diesen feindlichen Lkw Richtung Ost markiert auf der Straße, ne? Ja Der ist mittlerweile bekämpft, ne? Wie aber trotzdem gerne Richtung Hohenbolts hatten, ne? Das weiß ich nicht, der Ähm, der Jeep der UHZ wurde bekämpft, ob der Lkw bekämpft wurde, weiß ich nicht Lkw negativ Okay Ich würd sagen, wir fahren Richtung Süd Ähm, Baker, wir brauchen dringend Wasser Wieso? Ist doch in der Kiste Flaschen Ah, kein Pass Äh, ne, ich will nach hinten, müsst ihr nach Hohen Ne, dann lass, dann suchen wir mal Wasser Ich würd sagen, wir fahren Richtung Radovna runter Süd Dann einmal kurz Richtung Ost und kommen dann von Süden auf die Station Kurze Frage, wo hast du Wasser? Äh, in der... Am näher, recht, die... Linke, linke Kiste... Vom Haus, die einzelne Ah, okay Ich fahr jetzt aber kurz nochmal zurück und hol nochmal die, äh... Rack Behältnis Ja Take my position at the gun, please Aber... BfK for a second Okay Wir verlegen dann Richtung Süd Äh, will noch einer wegkommen, dann könnten wir mit zwei Fahrzeugen zurückkommen Ja, geil Need to go from the other side So, Baker, du verlegst jetzt wieder zurück, holst du das Wasserfass und... Wasserfass? Und soll ich vielleicht noch anderes Fahrzeug holen oder... Ne, recht, ja Und wir gehen jetzt weiter... Ne, am besten Richtung Süd, wenns geht Richtung... Feindliche Basis, da... Feindliche Basis, da... Ich würd's mal kurz im Laufe Richtung Süd Ich würd's mal kurz im Laufe Richtung Süd Erstmal Radovna noch mal klären Was doch relativ nahe ist Es ist ja nicht weit, sind ja 500 Meter Ach, Richtung Süden jetzt, okay... Ja, aber Richtung Süden kurz Richtung Radovna klären Lass du mal mit dem Fahrzeug machen? Genau Ne, ich hol kurz das Wasserfass Allein? Ja, ja, das riech grad Huuuuh Sicher? Ohne Nachtsicht gerätst du gar nichts Hm, nichts Ist Gewöhnungssache Ja, es kommt dann mit der Zeit Okay, dann sind alle soweit Komplett Dark is soweit Bobat Giles auch soweit Oh Mist, Agagius Jetzt hab ich vorhin der RPOM So ne thermobare Einweg-Raketenwerfer Herr Robert Jetzt kann ich den nicht einsetzen weil es so dunkel ist Scheiss Russenthalter Nehmen dich mal Nachtsicht Kann auch blind schießen Wurde, weil sackt sie ab Die findet schon ihr Ziel Troy Hey, wo bist du? Thermo. Hast du treu gesehen? Thermobar. Nicht Thermosuchen. Ah, ok. Bist du hier grad vor mir? Ja, du bist hier grad vor mir. Du weißt ja kein Nachtsicht auf, ne? Ok, Jungs. Wir rücken jetzt Richtung Süden nach Hannover ab. Wir nehmen jetzt den DBZ. Oh, mein Cabellback ist MD. Die in der linken Kiste sind Flaschen. Ähm, wir setzen jetzt eine kleine Basis hier und planen das nächste Mal. Die werden vielleicht deine Tanks bewegt, also nicht wundern. Doch, jetzt den... Die, ähm, das Wasser. Er braucht Wasser. Wasser ist in der linken Kiste, ne? Vor dem Haus. Genau. Akadius, Rampage, G-Up, alles so. Hm, ja, mehr oder weniger. Camelback wäre noch gut. Gut, hier auf der linken Kiste, das ist ein Wasserflaschen. Wasser und fülle Camelback damit auf. Ich würde gerne wissen, wo wieder mein Backpacking... Ah, da. Genau die Kiste, ja. You're a filler in the same menu where eating is. Oh, ok. Was ist da? Was ist da? Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Was ist da? Oh, ok. Gott. Ich geh ja schön als... Wasser! Wasser! Wasser. Wegen einem Wasserfass. Hab schon reingepickelt. Haha. Was denn? Hey, Medic. Brauchst du vielleicht noch ein bisschen Nachschieb an Material? Ne, sieht gut aus, Daniel. Ok. Wo ist Han Solo? Hier. Wolltest du mal machen? Ausflusten. Oh, TWS. Richtung Süd. Richtung Süd. Richtung Süd. Wer fährt? Ich hab doch gesagt, sie sind fett im Fahrzeug. Achtung, Achtung. Licht aus, ich glaube, die sind ausgestiegen. Richtung Süd. Ok. Schmerz. Schmerz. Nein. Schmerz. In your face. In your face. That's how we roll in Germany, Ref. Jetzt sollten wir definitiver Richtung Süden fahren. Oh, ja. I love y'all's weapon, MG3, by the way. Gibt's auch ein paar Ziele? Richtung Süden. Unlike K als schon ein paar z 來besch. Ich kriege die Tiere. Ivan. Das heißt, dir Verbaut machen. Das war ihre cautious介kkend.